Servus Leute, heute gibt es ein Raid auf Customs und da geht es im Moment wieder zur Sache. Seitdem ich wieder auf EU-Servern spiele, muss ich sagen, ist Customs wirklich bevölkert. Und ja, ich habe ein paar Leute zum Snipen gefunden und allgemein sehr schöne PvP-Situationen und ja, wollte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv.au, da würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Schade, dass ich da gerade keinen erwischt habe. Das wären ein paar schöne Shots geworden. Jetzt in der Runde dafür. Ich bin gar nicht weiter hinter mir noch. Schade, wo du bist. Hey. Ich bin gar nicht auf dem Video. Nicht so wichtig, ist nur ein Skeff. Okay, ich sollte hier mal runter gehen. Ich habe hier links da drüben auf dem Hügel eine Mosin gehört. Wenn ihr hier her schaut, habe ich möglicherweise schlechte Karten. Und wieder an der Tanke. Mal sehen. Gucken wir mal hier noch ein Skeff. Gleich lachst du nicht mehr. Tür an den... Ja. Daher daums ist auf jeden Fall jemand drin. Das würde der mit der Mosin sein. Oh. Tür ist offen von... Trackhaus. Oh. Echt jetzt? Ah, ich habe ihn. Okay. Jetzt... Bis zum nächsten Mal. Im Frühstück. Willst du den Headshot verpassen, Kollege? Okay. Ja, das... Ja. Ja. Danke fürs hinlegen. Er wäre auf und davon gewesen, wäre einfach weitergelaufen, aber war ihm dann zu kompliziert. Im Zweifelsfall mal hingelegt. Kann aber passieren. Noch einer? What? Oh ja. Ich hab recht. Scheiße. Ähm... Okay, Puschen. Damals kein Sniper-Duell, der weiß nämlich, dass ich hier bin. Oh boy. Hier ist noch mehr los. Ah, ihr seid noch beschäftigt, ich merk's. Oh ja. 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 Och komm. Ach hüpfel, hüpfel. Ich hasse Tag of the movement, es ist so eine clunky scheiße. Du sitzt da schnell hoch und bleibst an jeder Scheiße hängen. Er ist rechts. Wer sind denn hier? Das ist ne Fünfergruppe, hm? Wieso schießt der unten nicht? Da war harte Verwirrung. Komm schon mal rein, per deckt das? Natürlich. Das ist halt hier. Der musste... Tatsächlich ist wahrscheinlich der Grund, er musste fragen... Ey, bist du das? Ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen, ne? Ich hab hier einen reinlaufen sehen. Am Ende... Hab ich wie viel erwischt? Vier? Ja. Also, der eine an der Treppe, der hätte mich auf jeden Fall töten müssen. Keine Ahnung. Das Team von der... Keine Ahnung, auf jeden Fall Party. Garantiert war das so, ja? Ey, bist du das? Und dann in der Sekunde reicht's halt, dass ich ihn umziehe. So wenig Amor für den Scheiß dabei. Die sind in der Nachbesprechung, ja. AK-416, AK-74. Ich hab vielleicht gehofft, dass einer mit BP am Start ist. Der unten vielleicht. Nublen, freut mich, dass du vorbeischaust und deinen Prime dalässt. Weiß dich sehr zu schätzen. Danke für den Support. Und wir kommen zurück in der Abo-Falle. Auch wenn du bloß kurz reinschaust. Freut mich, dass du an deinen Prime denkst und an mich. Komm, der hier. Ich glaube, der hier außen war der, den ich eigentlich gesucht hab. Der hier, ne? Das war der, den ich hier angeschossen hab. Und die zwei, die da unten kamen, das waren die, die von der Tanke rüberkamen. Nublen, bis denn. Mach's gut. Ich glaube nicht, dass es eine Gruppe war. Also die zwei hier unten war eine Extra-Gruppe. Solo spielen geht viel besser. Ja, ist auch so. Fischer Kampus, Servus. Hey, Vertigo. Sherlock Outtie ermittelt? Ja. Mit Nachdruck. Level 11, okay. Ja, dann war er vielleicht, ich mein natürlich Level 71, aber er war vielleicht überfordert. Wer weiß. Den Laser wegzubringen. Wie meinst du den Laser wegbringen? Ja. Ähm, ich würde im Moment empfehlen, immer mit Taschenlampe und Laser zu spielen. Als haben sie diesen Vibe geändert. Man, ähm. Moment. Man trifft nur noch mit Laser. Also nur noch der Laser verbessert wirklich das Hipfire wohl. Ähm, der Wickler, dankeschön für den ganz frischen Prime. Sehr freundlich, dass du ihn bei mir lässt. Willkommen in der Abo-Falle. Okay. Guckt's aus, Vertigo zum Zweiten. Doppelt hält besser. Also ich mach immer, ne, hier Taschenlampe und Laser. Siehste ja. Und im Moment X400 Taschenlampe, weil die Taschenlampe recht hell ist. Davor hab ich immer bloß Taschenlampe gemacht, weil ich den Laser nicht gebraucht hab. Der liegt da halt echt beschissen. Aber da hinten sind's Shots. Wir schauen noch in den unten rein und dann, ja, weiter. Na, Freund der Sonne, eine MP7. Und dann, ja, weiter. Und Shikero, danke. Ebenfalls für den Prime. Sehr freundlich, dass es den bei mir lässt. Jetzt servus. Willkommen zurück in Abo-Falle. Ja, wir gehen da jetzt gleich mal hin. Das Party. Das Party. Das Party. Das Party. Das ist noch irgendwo einer. Oder ich habe den mit dem Nate gerade erledigt. Bin mir nicht sicher. Blut ist mir nicht so wichtig. Shit, ich habe den Mac getrunken. Ich bin nicht so wichtig. Ich bin nicht so wichtig. Ich habe das Gefühl, ich hätte hier unter der Brücke was gehört. Ah ja. Da sollte sie hin, ja. Ich bin nicht so wichtig. 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 Vielen Dank.